Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 1 mit dem Razer Hydros ich dachte mir weil ich so schlecht bin mit diesem Reson Razer Hydros versuche ich mal äh einfach also nicht versuchen sondern nehme ich einfach mal auf und ich werde wollt ihr funktionieren oder nicht und keinen das so geht okay Klasse so mal gucken ob ich snap kann kämpft bis zum Ende warum leckt mein Internet grad so warum leckt das grad so so Loll ja mann geiler nötig Kürzer so und das sind wir wieder nicht geht's das mal okay ich muss mich ein bisschen auf die kann die Kontrolle gewinnen wegen nachladen und so weil manchmal, wenn ich nachlade, messe ich automatisch. Komm. Okay, okay, okay. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, hör auf in die... Wie geh ich da wieder raus, man? Ah. Okay. 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 Ah, mein... Internet... Boah, Jun. Ah, Alter, ist das schwer. Oder ich bin einfach nur ein Noob mit diesen Resern. Hi, hey. Link in der Beschreibung. Ich werde das natürlich verlinken, meine Reser-Hiters. Also, wie die aussehen und so. Kennt ihr euch selber kaufen, weil das macht wichtig Spaß zum Noob mit dem. Oh. Ja. Ja. Ah, das ist geil. Komm. Ähm. Hier rüber und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Scheiße. Du kleine, fette Ruhre, ey. Komm her, komm her. Oh nee, oh nee, oh nee. Schüsse, Schüsse in den Arsch gekommen. Ja. Oh mein Gott, mein erster Kill. Ah, komm mal. Alter, wie schwer. Ich weiß, dass ich mit normaler Maß auch schlecht bin, aber mit diesen Resern ist es unglaublich, ey. Das ist wirklich unglaublich. Boah, da oben. Junge, zieh doch nach oben, ey. Was ist denn das? Ja, ich kann natürlich mit, ähm, 1 auf dieser, auf, auf diesen, äh, also, das ist wie ein, äh, ein V-Remote, einfach, äh, nicht so eckig. So, passt perfekt in die Hand. Und ja, mit 1 kann ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, ganz rechts meine Hand hab, kann ich einfach 1 drücken und dann ist der AIM einfach ruhig. Zum Beispiel so wie jetzt, habt ihr gesehen? Ich glaub, man hat's nicht gut gesehen, aber, ah, alter, ist das schwer. Hoi, ja. Und vor allem, man muss alle Buttons merken, ey. Das ist genauso wie du, wie wenn du das erstmal PC spielst, so ne Witz? Dann schaust du dir mal runter, hä, wo ist der W-E heißt, äh, der E-Knopf zum Beispiel. Oh, Junge, shit. Wow, schaffen wir mehr als ein Kind? Wer weiß. Ho, Sack, Junge, was, Hitmarker? Oh, Mann. Komm jetzt. Oh, ja. Wir schaffen mehr als ein Kind, sind dann gestorben. Ole, 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 ole. 2 Kiss, 2 Kiss. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Kiss. Und ich bin last kill und hab'n Tomahawk in meinem Arsch. Oh, ho, 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 ho. Ha, schließen, so. 2 Kiss, 2, 2 Kiss und 11, 11. Und einer Pink von 300. Weil mein Internet so Premium ist. Ole, 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 ole. Okay. Oh, Junge, jetzt geht's ab, Junge, ich hab' 2 Kiss gemacht, oh, shit, komm. Oh, ja, komm, jetzt töte ich alle, alle, ja, komm, oh. Oh, jetzt geht's ab, Junge, jetzt geht's ab, Junge, jetzt hab' ich den, jetzt hab' ich den Flow, Junge. Oh, ja. Okay. Oh, zack, Junge, oh, nee. Scheiße. Nein, warte, 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 ich hab' voll den Flow, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, oh, Junge, Junge, schreckt mich nicht so. Ah. 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 Oh, nee. Oh. Oh, Mann. Das ist so scheiß, kacke schwer. Ohne Witz. Ah. Mann, oh, Mann. Mann. Mann, ah, 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 oh, Mann. Komm. Junge, das war jetzt aber irgendwie sie, das kannst, da, da kannst du mir nix sagen von, oh, shit. Da hab' ich den 1-Knopf nicht gefunden. Oh. Nee. Oh. What's up? What's? What's up? Bruh? Okay, okay, okay. Oh. Mann, ich muss sterben. Hopp, zack. Pitmarker. Oh, ja, oh, okay. Oh, ja, komm. Okay. Okay, schon gut. Ist okay. Ich musste sowieso gleich nachladen, also. Und bis ich da nachgeladen hätte, werden wieder 10.000 Jahre vergangen. Ah, ist das cool. Also, ohne Witz, das macht richtig Spaß mit diesen Razern Hitlers, aber es ist scheißschwer. Das heißt, man kann sich eine Challenge setzen, wenn man richtig gut im Normalspielen ist, was ich leider nicht bin. Aber, man muss sich, ich glaube, man muss sich dann gewöhnen. Und, äh, wenn man mehr mit dem Spiel nachladen kommt. Oh, das macht's perfekt, glaube ich. Äh, ich glaube, wenn man, ähm, also, ich glaube, das macht dann auch eine ruhige Hand. Mit einer Weile, wenn man viel mit dem spielt. Also, ja, ich wollte euch nur mal zeigen und, äh, ein bisschen Werbung für die Razer Hitlers machen, weil ich sie richtig cool finde. Du kannst auch Minecraft damit spielen. Du kannst eigentlich, äh, so ziemlich jedes Spiel spielen. Aber, nein, nicht wirklich so ziemlich jedes, äh, es gibt sehr viele Spiele, die man nicht spielen kann. Tut mir leid, ich nehme das zurück. Aber es gibt auch viele Spiele, die man spielen kann. Ich glaube, so um die, äh, 80 Spiele. Also, Minecraft ist, äh, dabei. Für die Minecraft, äh, Kinder hier. Aber ich, ich generell finde Minecraft schlecht. Oh mein Gott. Also, ich, also, jeder hat ja seine eigene Meinung. Und da wurde ich gefickt. Aber, nee, für mich ist Minecraft schlecht. Aber genug für Minecraft. Jetzt muss ich mich hier konzentrieren. Komm schon. Und ich lege mich immer automatisch, also, ich crouche immer automatisch manchmal. Oh mein Gott. Habe ich wirklich eingetötet? Und das Nachladen hat perfekt funktioniert. Schade, da dachte ich, das wäre mein zweiter, äh, dritter, vierter Kilo oder so. Oh, mein Premium-Internet hier. Ohhhh. Ohhhh. Achtung, feindlich uns zwei. Ich bin glücklich mit meinem, mit, äh, ich bin glücklich mit meinem Ergebnis, oder? Ja, bin ich, vier. Ja. Ist ganz okay, finde ich. Oh mein Gott, sieben, hundertping. Watch my bad-ass Internet. Watch out. Watch out for my bad-ass Internet. It's a good. Let's go to the next server. Wir sehen uns gleich. Und da bin ich wieder. Natürlich musste ich auf Nookdown gehen, weil alle Kinder einfach nur Nookdown spielen in letzter Zeit. Wir spielen normal. Wow. Wow, was geht ab. Wow. 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 Alter. Na, ne, danke. Alter. Was ist das für ein Internet? Ja, Junge, lass gehen, was willst du? Bahnen. Gut, du hast ihn noch so, wir haben die Probleme. Ah. Oh, lol. Voll am Lacking. Oha. Mein Internet ist Premium und so. Hi, hi. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, letzte Runde des Spiele. Okay. So, mal gucken, was ich hier rausholen kann. Äh, wie ich die Stats anschauen, was ich... Pfff. Geh hoch. Junge, renne. Okay, lach, lach. Nein, nicht Messer, lach. Danke. Alter. Herz zu messen. Oh. 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 Lach nach. Junge. Lach nach. Nein, nicht Messer. Oh. Immer Messer an der Junge hier. Alter, hört zu Messer an. Mein Ding nimmt wie an. Backen. Oh. Oh, eine schöne Textur. Oh, ne. Ich wollte nachladen. Ah, Probleme hier am Nacht, beim Nachladen. Okay, sag mal, guck, ob ich jetzt nachher abschneiden. Oh, mein Gott, ich hab's geschafft, nachzuladen. Es ist ein Wunder geschehen. Oh, komm, 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 renn. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, da hab ich's gern, wenn du rennst. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, ja, dumm. Oh, ah, schwer, ah, Steuerung, ah, BAM. Oh, ne, ne, ich kill ihn. Oh. Oh. So, oh, ne. Oh, ne. Aber für wechseln kann ich natürlich auch nicht. Warum muss der Junge dann kommen? Komm, hier. So. Geht doch. Ah. Gut, gut. Oh, shit. Oh, Junge. Oh, ne, oh, ne, oh, ne. Jetzt mal einfach durch die Gegend schießen, ne? Das hilft dir auch viel. Jetzt verpisst dich. Oh, was kann ich auch machen? Oh, oh, oh. Oh, Junge. Oh, oh, ups. Aber wie ich immer meine, dass PS... Das Rennen genau gleich ist wie bei der PS3. Ohne Witz. Ich zocke nicht viel PS3. Sowieso. Ich bin schlecht im PS3-Zocken. Ich bin schlecht im Allem zocken, ne? Oh, Junge. Ah, je. Oh. Das finde ich schwul, dass das Granatenwerfen genau auf der gleichen Taste, also, fang, also, genau dort ist, wo man eigentlich läuft. Da muss man immer den Daumen runternehmen und draufdrücken, und das dauert dann zu einweichen. Hey, ey. So, komm, renns. Okay, nein, nicht renns. Okay, schießen. Ähm, wohin schießen dorthin? Okay, diesen Tod, gut. Okay, das noch einer drin. Oh, bumm wahrscheinlich. Okay, das Tod, okay. Äh, komm, da. Jo, no. Internet. Mach. Oh, ne, 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 auf. Och, auci, auci. ich sehe noch oder was mache ich darf einfach weiter so gut bin ich heute ich bin der Prozocker 19 Uhr in der Prozocker 2014 ich habe eine Medaille ich habe ich habe einen Tokal verdient ich bin ich habe ich habe den Oskar verdient obwohl die nur für Filme da ist im Alltag ich bin so cool gewesen dass die gemeint haben Scheiß drauf der Krieg den Oskar auch wenn es nur für Filme ist so gut bin ich jetzt jeder hat mich gelassen mit uns einen geilen 16 Abonnenten ich habe weil liegt wahrscheinlich dran dass ich um hohe Stimme hat und mir ich habe ich vor den Weg gekauft und ich habe hier auch vor jetzt blutet man kann nicht annehmen darauf ins Menü zu gehen okay erst mal eins halten okay jetzt nicht mehr weil ich jetzt schießen muss die für mich verarschen habe ich gerade nicht drauf gehalten so vollkommen das haben wir war es nicht so 15 ich hoffe es hat euch gefallen Link zu den Reisern in der Beschreibung und Prozent wenn nur ist wenn wir mit wenn ihr mehr konnte die wohl sagt einfach meine Stimme ist am verkacken und mein Deutsch auch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge was auch immer ich drehen werde es ist egal denn es wird drehen